Überraschung, Weihnachten steht vor der Tür und ich habe mir was Spezielles für euch ausgebracht. Ihr bekommt einen Ability Tube Kalender von mir. Ein Ability Tube Kalender ist ein Video-Advent-Kalender, in dem ich euch jeden Tag im Advent einen Influencer, eine Influencerin mit Behinderung vorstellen werde. Das sind Leute, die ich persönlich kenne und sehr schätze. Leute, die unglaublich coolen Content produzieren und Leute, die eine andere Sicht auf die Welt präsentieren. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Am 1. Dezember geht's los!